Jetzt noch zwei her. Aufgedrückt, habe ich 30 Cent Freispiel gegeben. Habe ich leider nicht gefilmt, weil jemand neben mir saß. Es gab vier Bücher in einer Reihe. Sehr schön. 80 Cent, da kommt ja was. Da höre ich auf ein, zwei Augen. Also Leute, machts gut. Und bis nachher. Gerade irgendwann so 50 Cent. Da hat er mir den Teppich aufgemacht, 9 Euro gezahlt. Jetzt auf 60 erhöht. Das ist scheiße bei Novo, aber hier, keine Ahnung, mal gucken. Ah, komm. 3, das ist was wir brauchen. Oh Mann. Also von den Büchern. Oh je, je, 1x3 Ass. Schon heftig. Ach, komm. 20 Cent mehr gehts. Ne. 1 Euro 20 mehr, wie auf 60 Cent. Äh, auf 50 Cent. 80 Cent. Hier ist nochmal auf 60 weiterlaufen. Mal gucken. Hier geht da nochmal rein. Hier nochmal rein auf 60. Sehr gesehen. Hier haben wir wieder zurück auf 60 gestellt, weil nichts kam. H10er. Und braucht Verlängerung. Da, wo ich die 160 gedrückt habe, bei Novo habe ich nur 90 raus. Da hat alles gefressen. Er hat gar nichts mehr gemacht. So einmal hoch auf 100 mit der Leiter. Habe ich aber auf 100 gedrückt und dann, ja. jetzt geben wir mal wenigstens 3. So. Schon hebe. Also das ist schon ein Witz, dieser Automat. So. Jetzt haben wir 80 Cent oder 1 Euro. 80 Cent. Ja, kommt ja was. Wenn nicht, dann. Machen. So. 30 gab es auch schon mit K. Da hat er am besten gezahlt. Das ist 30 Euro. Jetzt hier mal erhöht, gleich verlängert. Ah. Da braucht keine 3. Ja, ja. Puh. Übel. Ach, den Browser gab es auch schon ein paar Mal. Alter. Ja, wenigstens das. 10 Euro. 12 habe ich nur nachgeschoben. Jawoll. Da muss ich ja über sowas freuen. Das ist einfach so. Ah. Keine Leute. Nein, wir haben weiter laufen müssen. Oder 50 Cent. Mit 10. Also. Bis nachher. Das ist mal 50 Euro. So. Ne gehabt. Naja. Ich hatte hier jetzt schon 160 Euro. Aber trotzdem fast. Geil. Na guck. Der Kauft hier war so 50 Cent. Die 40 Cent gab es dreimal Freispiele. Dreimal Bedarf. Paarmal Vierer. Einmal Vierer. Einmal Vierer. Lucky Lady mit 80 Cent. 60 Freispiele. War auch nicht schlecht. Vier Kugeln gab es. Naja. Wer kommt denn aus? Ja. Wahnsinn. Guck mal einer. Überrasch es noch einmal 3. Wahnsinn. Guck mal, einer findet ja nixens. Ah, ich muss mal stoppen. Ah, wieder einer. Gratulation. Eine Scheiße. Freisig, freisig. Guck mal, Verlängerung. Das ist selten bei dem Spiel. Aber das heißt natürlich nix. Da muss die Rose noch ein paar Mal geben. Ach komm, Rose, man. Rose, da ist sie. Guck mal. Ah, guck dir das an. Jetzt brauche ich Rosen. Ich brauche Rosen. Egal, voller Linie, Rosen. Ohne Verlängerung. Ah, jetzt. 24 Euro. Einmal. Nein, jetzt 2 Euro. Jetzt 2 Euro. Oh, 160 gedrückt von 1,80. 30 Cent habe ich hier Freispiele. Ja, ist jetzt nicht verlängert. Oh, vorher gab es auch schon 3. 2 Euro. Oh, hierher. Startausch. Es geht nicht. Ja, oder wie. Da ist doch mal drin. Wir wollen das hier. Ich breche mal hier ab. Ich bin ja hier nicht oft. Keine Ahnung, wie das hier gesehen wird. Angefangen, oder sogar später. Der hat mir jetzt hier schon auf allen Fächern Freistelle gegeben und sogar richtig verlängert. Ich hatte ja mit 30 angefangen, mit 40, mit 75 ist auch rein, zweimal sogar. Sogar richtig verlängert. Der Rest der Geld hab ich gesagt, ich bin mit 5 Cent, 2 Euro irgendwas. Oder 3 Euro muss er drauf hören. Der geht gut ab. Mal gucken, ob es ein paar Vorbereiche spielen. Nur auf 5 Linien, auf 10 wollte er nicht rein. Zwei von den Typen. Die werden er jetzt noch verlängert, oder? Ja, das ist was. Auf 100 war ich schon. Jetzt. Neun Spiele noch. Zum Auge ist er fast immer gekommen. Außer bei den 74 Cent Spielen glaub ich nicht. Das letzte Spiel hat immer einen Mann geschmissen. Genauso. Also 3-4 Runden. 1 Euro wollte er nicht. Da bin ich noch gespannt. Hier genauso. Lächerlich. Ja, tiefer dann wieder geschmissen. Keine Ahnung, ob der Automat noch will. So ist es immer 50 Cent. So ist es noch 20 Cent. Also da ist es noch 30 Cent. ... ... ... ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.